Heute besuchen wir die schöne Stadt Bad Bramstedt und die große Klinik dort. Unter dem Motto Leben in Bewegung arbeitet die Klinik mit vielen guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber in die Tarifverhandlungen, da kommt keine Bewegung. Unsere Arbeit ist mehr wert, weil wir qualifizierte und engagierte Mitarbeiter sind. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber jetzt ein Angebot macht, über das konkret zwischen den Tarifparteien verhandelt werden kann. Dass um Arbeitsplatzsicherheit und die Frage von verbindlichen und guten Tarifstrukturen und Löhnen geht. Denn das gehört zusammen. Ein guter Arbeitgeber, qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dann auch zufriedene Patienten. Nur so kommen wir zu einer Atmosphäre, in der wir uns gemeinsam mit Respekt begegnen. Ich freue mich total, dass ich mal in der Minute mit Jörn dabei sein darf. Dass ich hier meine Kollegen vertreten durfte und ich hoffe, dass wir unsere Vorstellung an Gehalt durchsetzen können hier bei den Tarifverhandlungen. Danke Jörn Thiesen.